Türke ist gleich Araber, Araber ist gleich Türke. Schwarze, die rappen natürlich gerne und verkaufen Drogen. Diese Vorurteile gehen Hayat und Matondo ganz schön auf den Sachsen. Zwei Rapper aus Berlin, die einen super politischen Song gemacht haben, namens Ausländer raus. Und ja, was steckt hinter diesem Song, das erfahren wir heute. Wir treffen sie nämlich hier in Kreuzberg in ihrer Heimat. Ich wurde geboren in diesem Land, aber bleibe Immigrant. Mein Name ist Hayat und bin als Rapper bekannt. Schau mich an, ich hab meine ganze Familie hier. Doch weil ich Türke bin, muss die Polizei mich kontrollieren. Hey, hallo, 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 hallo. Hi Hayat. Sie ist lange nicht mehr da, die größte Gefahr sind die meisten immer im Islam. Ich hab niemandem etwas getan. Ja, die Leute zu respekt, die richtigen Bauern zum Koran. Verdammt, jedes Mal bin ich von dem dieser Mann. Also ich bin Anab und du hast die Macht. Vielleicht könnt ihr euch ja auch kurz noch mal vorstellen, es soll ja Leute geben, die Matondo und Hayat noch nicht kennen. Ja, also ich bin der Matondo, 19 Jahre alt und das ist mein Partner. Yo, was geht ab Leute, mein Name ist Hayat, ich bin 13 Jahre alt, komme aus Berlin, Tempelow. Wann hast du angefangen zu laufen? Mit neun. Und warum hast du angefangen, was war so dein Beweggrund? Matondo. Ohhhh. Was ist denn da passiert? Das war so, als allererstes ging seine kleine Schwester in meine Grundschulklasse und sein damaliger Lehrer war unser Klassenlehrer. Und an diesem einen Tag wollte er seine kleine Schwester abholen und gleichzeitig seinen Lehrer besuchen. Und dann kam er in unsere Klasse und aus dem Nichts habe ich ihn gefragt, ob er Rapmusik hört oder selber rappt. Dann kamen wir halt so in Kontakt, hat er mir was faul gerappt, haben wir Fußball gespielt. Dann haben wir unseren ersten Text geschrieben, Kaputte Welt. Da hat er mir halt gezeigt, wie ich den Rhythmus, den Takt, den Beat fühlen kann. Meine Haare sind schuld, meine Hautfarbe auf. Sie glauben, dass jeder glaubt oder Drogen verkauft. Immer sind wir auf dem Tiefenblatt. Du kannst machen, was du willst. Es heißt Ausländer raus. Euer Video heißt ja Ausländer raus. Ausländer raus ist ja eigentlich ein NPD-Wahlspruch. Warum habt ihr diesen Titel so gewählt? Weil die Deutschen immer die Schwarzköpfe, also die haben die Schwarzköpfe so im Kopf so. Baut ein Ausländerscheiß, müssen nicht alle so sein, das ist wirklich so. Habe ich auch in meinem Text erwähnt, also wenn ein Ausländer Scheiße baut, heißt es nicht, dass gleich alle Ausländer so sind. Ja und deshalb, weil wir uns so unterdrückt gefühlt haben, haben wir das einfach rausgebracht. Als ich euer Video gesucht habe online, als ich Ausländer raus angegeben habe bei YouTube, seid ihr im Prinzip zwischen relativ vielen NPD-Videos oder rechtsextremen Videos. War euch das vorher bewusst oder habt ihr das vielleicht ganz bewusst so gemacht? Wir haben das auch ein bisschen bewusst so gemacht, sodass man erstmal guckt so, ja, Ausländer raus, Hayat und Matondo, das sind jetzt keine deutschen Namen. Wie kommen die auf den Titel? Ja, dann klicken die rauf und ja, dann kommt dieses Lied so. Und ja, wir berichten halt auch über Sachen, die wir hier so tagtäglich erleben oder Freunde von uns. Sagen wir mal, ein Ausländer baut Scheiße, hat zum Beispiel ein Casino überfallen. Ja, dann ist es für die Leute gleich, ach guck mal, schon wieder diese Ausländer, schiebt sie alle raus, schiebt sie alle weg, alle müssen abgeschoben werden, raus mit den Ausländern. Aber was ist jetzt mit dem Ausländer, der zum Beispiel auf ein Gymnasium geht, der sein Abitur macht, dessen Eltern Arbeit haben und gut Geld verdienen, was ist mit denen so? Wie sieht es bei dir aus, du hast zwar keinen deutschen Pass, aber fühlst du dich als Deutscher oder als Kongolese? Also eigentlich fühle ich mich schon als Deutscher, aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, oder es fühlt sich so an, als würde man mir nicht erlauben, so ein Deutscher zu sein. Ich meine, es fängt schon mit der Hautfarbe an, ich spreche trotzdem Deutsch, aber die Leute sehen mich immer noch so als Ausländer, also die akzeptieren mich nicht als Deutscher. Aber würde ich jetzt in der deutschen Nationalmannschaft spielen und ein Tor schießen, dann wäre ich auf einmal so der Deutsche. Und du, Hayat? Ich bin ein Deutscher. Du bist ein Deutscher? Ich habe einen deutschen Pass. Okay, bist du ein Deutscher? Nein, ich bin ein Ausländer. Wieso? Was meinst du damit? Also von der Nationalität her, bin ich ein Türke, aber ich bin hier geboren, habe einen deutschen Pass und dann bin ich ein Deutscher. Aber du fühlst dich nicht als Deutscher? Nein. So, man soll einfach stolz sein, wie man ist so. Man darf sich nichts einreden lassen, okay, ich habe einen deutschen Pass, ich bin hier geboren, aber trotzdem bin ich ein Türke. Lebst du hier gerne oder würdest du dann lieber in die Türkei ziehen? Ich meine, wenn du dich nicht als Deutscher fühlst, könnte man jetzt sagen, naja, dann ist das vielleicht auch nicht das richtige Land für dich, oder? Nein, nein, ich bin froh, dass ich hier lebe, ja. Wegen der Türkei, glaube ich, oder sehe ich, ist ja gerade die Hölle los. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Afrika, ist ja auch nicht gerade das Beste da. Da passiert ja auch ein paar Sachen. Deshalb bin ich froh, dass ich hier lebe. Wir wissen auch, es selber zu schätzen, dass wir hier leben, dass wir hier zur Schule gehen, dass es unseren Eltern gut geht, wir haben hier jeden Tag zu essen. Hier ist es fast schon wie ein Paradies, aber halt die Umstände, in denen wir leben manchmal, also die Sachen, die wir erleben, das sind die Sachen, die uns halt aufgeregt haben. Man hat bei dem Thema immer so ein bisschen das Gefühl, dass es sozusagen zwei Lager gibt, ja, und ihr bezeichnet euch in eurem Song ja auch selber als Ausländer, als wenn sich diese zwei Lager, so die Deutschen gegen die Ausländer, wenn sich das immer weiter hochschubst. Wieso nimmt man das nicht an und sagt irgendwie, nee, ich bin Deutscher, ich bin kein Ausländer? Also viele würden sich als Deutsche sehen, aber es wird denen halt nicht, also die kriegen auch nicht die Chance, das zu zeigen, dass sie wirklich Deutsche sind. Also ich habe das Gefühl, halt dieses Video, ne, zieht schon ein bisschen so wieder diese klaren Grenzen, so, ne? Wir sind die Ausländer, du sagst ja auch, du bist stolz darauf, um Ausländer zu sein, du willst kein Deutscher zu sein. Ähm, meinst du das, also, was glaubst du, was du noch sozusagen dafür tun könntest, dass du, ähm, dass sich das so ein bisschen abbraut, dieser Rassismus in der Gesellschaft? Also, ehrlich gesagt, habe ich schon alles getan, was ich tun kann. Ähm, ja, ich respektiere jeden Menschen so wie er ist. Du hast gerade die Kommentare angesprochen, ich habe mal ein paar mitgebracht, so, wo ich echt so dachte, wow, okay, äh, zum Beispiel, ähm, Leute, ihr sollt mal besser eure Hauptschule besuchen und im Unterricht mitmachen, dann werdet ihr auch schon Arbeit finden. Ähm, also ich meine, das sind echt diese Kommentare, wenn man sich die anguckt, da sind halt so die eine Seite, die echt sagen, wow, geil, Jungs, mach weiter so. Und die andere Seite ist, äh, ja, wie würdet ihr das einschätzen, ist das rassistisch oder wie fühlt sich das an, wenn ihr so einen Kommentar lest? Also, ich kann dazu nur sagen, wer auch immer das Kommentar abgegeben hat, schönen Gruß an dich, also... Von mir auch auf jeden Fall, Platz für Neid. Schönen Gruß an dich, äh, ich mache gerade eine Ausbildung zum Sozialassistenten, die ich auch bestehen werde, dann geht's weiter mit dem Erzieher, also, ich kenne nichts von Hauptschule oder so, deswegen, also... Aber das tut schon weh, oder, sowas zu lesen? Oder tut das nicht weh? Ehrlich gesagt tut's mir nicht mal ein Prozent weh, ja. Ich weiß ja, was ich hab, was ich mache, ob ich es bestehen werde, was ich gut mache, was ich schlecht mache, weiß ich ja. Mhm. Auch wenn sowas da stehen sollte, wir stehen da drüber auf jeden Fall. Rassismus, immer sagen sie aus, ein Dach raus, weil ich schwarz bin, denken sie, dass ich Drogen verkaufe. Manche Arbeitgeber geben den Bewerbern einen Abflug. Mit der Begründung, wir dulden keine mit Kopftuch. Wie ist das Realität? Meinst du, Leute mit Migrationshintergrund oder Kopftuch haben wirklich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Realität, Realität, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kenne auch einige Fälle von Freunden, die zum Beispiel Kfz-Mechatroniker werden wollten und so. Das Zeugnis lief, alles war gut, aber dann kommt jemand mit besseren Nachnamen und so. Müller passt mehr als, keine Ahnung, Schahin oder so. Ich weiß nicht, aber das finde ich auch unfair so, auch bei den Mädchen oder Frauen mit Kopftuch so, weil dieses Kopftuch ist ja keine Gefahr oder so. Ich meine, die tun damit auch niemandem was, aber das passt halt nicht manchen Arbeitgebern so und das finde ich schade, weil die haben auch genauso viel Potenzial. Ich kenne wirklich viele Freunde, Freundinnen, die aufs Gymnasium gehen, Abitur machen, die wirklich was drauf haben und Kopftuch tragen. Was meint ihr denn, was so ein bisschen der Lösungsvorschlag wäre? Was hast du da für Forderungen an vielleicht Politiker oder so? Was kann man ändern, damit sich das vielleicht auflöst? Also die, die uns nicht respektieren, sollten sich ändern, nicht wir. Wir bleiben ja wie wir sind, aber die, die uns nicht respektieren, sollten es lernen, uns zu respektieren wie wir sind. Was wäre so deine Botschaft, um das vielleicht zu lösen? Auf jeden Fall sollte man zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund und auch bewusst Frauen, die ein Kopftuch tragen, sollte man auch wirklich Arbeitsplätze geben. Jeder hat seine Chance verdient, auf jeden Fall. Die Medien berichten oft leider auch falsch, sehr falsch. Ein Artikel von einem Ausländer wird größer ausgestrahlt auf dem Titeblatt, ganz groß. Von einem Deutschen zum Beispiel ist es ganz klein oder wird überhaupt nicht berichtet, wird vertuscht und so. Sowas auf jeden Fall. Also ich möchte auch wirklich Gleichberechtigung. Jeder sollte so behandelt werden, wie er ist. Ja Jungs, vielen, vielen Dank dafür, für das Interview. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Hintergrund gegeben zu Ausländer raus, dass ich immer noch echt einen krassen Titel finde. Wo ich aber auch irgendwie ganz gut verstehen kann, dass sich Leute, manche da ein bisschen dran stoßen. Aber ich glaube, es soll doch so sein, oder? Und ich hoffe auch, dass das Video den Leuten gefallen hat oder den meisten so. Wie gesagt, Kritik immer. Wir sind gerne offen dafür. Die Leute können schreiben, was ihnen nicht gefällt und was ihnen halt gefällt. Demokratie nennt man das. Hayat und Matondo. Wir werden nie rassistisch sein. Wir bleiben so, wie wir sind. Und ja, die, die rassistisch sind, bitte nicht bei mir melden. Geht einfach weg, haltet euch fern von uns. Bei mir auch nicht. Bitte und ja, Peace. Kannst du mir sagen, was passiert in diesem Land? Wir können machen, was wir wollen, bleiben immer Immigrant. Warum sagen die Leute immer nur Ausländer raus? Sie glauben, wir sind diejenigen, die immer Scheiße bauen. Aber guck, wir rebellieren und heben alle die Faust. Die Politiker können kommen, doch keiner hält uns auf. Wir erheben die Stürme, beginnen die Revolution. Unser Rap ist die Waffe und die Wörter die Munition. 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 Munition.